Mit den dreien, hast du also hier sagen eine eingeschworene Felgemann, ich würde mal sagen, Tabea hat Trin in die Augen, die hat definitiv ein Ticket für dich. Für mich in die Augen gibt es eine Karte. Also eine Karte kriegst du Tabea und du kriegst natürlich auch eine Karte und du kriegst auch eine und du kriegst auch eine. Also die fünf hier vorne. Dankeschön. Sehr gerne. Aber jetzt musst du nur noch an den Fans vorbei, die auch ein Ticket wollen und das Ticket festhalten. Verlier das nicht. Denk dran, verlier das nicht. Gerne, viel Spaß. Ach, schon. So, vielleicht werden sonst noch gerne ein Ticket. Dann gehen wir mal von 22. Wann sind sie schon hier gar nicht? Ich bin bei einem Publikum in die Stadt der Britte, 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 alles, 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 alles. Die Produktionsmöglichkeit, obwohl in Warnensberg, in den anderen Schiffen, oder natürlich in der ganzen Stadt, sind es hier gut. Ich würde sagen, jetzt das nicht. Wir sind in vielen kleinen Vorbereitungen notwendig sind, die die Technik machen, die Ideen, die die Technik machen und die Technik produzieren. Also deshalb, wir sind bereit für große Produktion. Gutes Stichwort, Herr Wubreit, vielen Dank für dich und viel Spaß. Wir schauen mal, was Steven und Nina machen. Das hier heute an ist auch eine riesengroße Produktion, die deutsche Premiere von The Long Ranger. Ganz viele Fans hier auf dem Town. Großartig, was hier für eine Stimmung geherrscht und vor allen Dingen, was die alles mitgebracht haben, Nina. Vielen Dank.